Jesaja sagt, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es. Seht ihr es noch nicht? Ihr müsst neu sehen lernen. Ihr müsst neu wahrnehmen lernen. Ihr braucht geistliche Augen des Herzens, um das Wachstum sehen zu können. Wachstum ist eine Frage unserer Perspektive. Das Neue, in das Gott sein Volk führen möchte, ist noch gar nicht so richtig sichtbar damals. Man kann es noch nicht erkennen, aber Gott sieht es. Und er möchte seinem Volk helfen, Augen zu bekommen, um das zu sehen, was man noch nicht beweisen oder nachweisen kann. Wenn wir Wachstum nur dann anerkennen, wenn wir etwas sehen, hören oder spüren, werden wir immer enttäuscht sein. Wir sehen und hören oft nur das, was nicht funktioniert, was am Zusammenbrechen oder am Sterben ist. Wir werden, aber Wachstum ereignet sich selten bis nie spektakulär. Wir sehen uns, wenn Sie mit dem Fall devastoren werden. Wir schauen uns, wenn uns nach hier leben nur ein Blumen überwteln, machen sonst im Blumen.